Ja, du mich auch. Heiltrank kann weg, das kann weg, das kann weg und das. Und den heben wir auf und das kann weg. Das heben wir mal alles auf. Gut. Schlecht ist das natürlich, dass jetzt hier die ganzen Sachen drin sind. Das müssen wir auch aufheben und das kann weg. Und tschüss und du und tschüss. Und ich ahne sehr, sehr böses. Ne, den heben wir auf. Der da bleibt da, der da bleibt auch da. Das kommt raus. Wir haben mal wieder eine volle Truhe. Dann nehmen wir den da noch vorsichtshalber mal mit. Und den Seelenstein brauchen wir. Achso, ja, dann kann der natürlich dann hier bleiben. Also ich sag, dat wird lustig. Hm. So. Und das da stellen und das da brüllen und das da brüllen und, ähm, Heiltrank im Anschlag. Ach ja, seht mal da, wen haben wir denn hier? Das sieht ja aus wie der Schmied. Den können wir doch nicht schon auszählen. Ähm, high five to the Schmied. Äh, ja okay, so ähnlich kennen wir ihn. Ähm, das ist wiederum alles andere als gut, was sich hier jetzt wieder abspielt. Äh, ja, eingekesselt ist das natürlich immer sehr gut. Eingekesselt und nichts treffend. Komm her, hier feist du. Dich killen wir alle mal. So, das war unser letzter Heiltrank. So, mein Lieber, das war's mit dir. Da haben wir ja doch noch was erreicht. Ja, hä, hä. Ich bin überladen. Das kommt da rein, so. Das da kommt da rein. Den nehmen wir mal mit. Oh, ist auch eine schöne Waffe. Ähm, ja. Somit sind wir auch einen Großteil unserer Tränke direkt wieder los geworden. Naja, bietet zumindest ein bisschen mehr Platz, ne? Ähm, ja, gut. Wow, One Hit. Okay, zumindest ist der Schmied schon mal platt. Ähm, naja, das war doch mal eine sich lohnende Aufnahme. Wir haben zwar nicht den Wegpunkt, aber wir sind schon mal in der Schmiede. Und haben wieder mächtig viele Monster am Hals. Ja, das kommt davon, wenn man wieder blind in den Meute reinrennt. Ja, schön. Bleib im Feuer stehen, weil die Viecher ein... Ach, Mann. Da kriegt man ja echt hier Aggression, dass man Ponyhof, Barbies Ponyhof spielen möchte. Und dich schicken wir zu Hello Kitty. Na, was bleibt denn hier noch? Blutwurm und Blutwurm und Blutwurm und Blutwurm und Blutwurm und Dudan noch. Da war doch eben schon wieder irgendwo dieser komische Nachwuchs von den Viechern. Ja, die Zerks haben wohl auch schon hier eine große Rolle gespielt. Ähm, der hat sich jetzt nicht ernsthaft vergraben, oder? Kann es sein, dass die Zerks ein Vorbild dieser Monster waren? Und ich würde es ja fast glauben. So, die Höllenschmiede. Questlogbuch. Benutzen Sie den Höllenhammer in der Schmiede. So. Jetzt müssen wir den Hammer ausrüsten. Und... Wow. An sich ist das ja wirklich eine schöne Waffe. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Achso, ja. Ne, doch nicht so schön, ne? Ja. Ähm. Entschuldigung. Wie oft mussten wir eben darauf hauen? Hahaha. Oh, hau, aha. Hm. Woran? Na? Spricht ja nichts. Gut. Okay, Leute. Woran erkennt man, dass der Bar nicht trifft? Er schafft es auch nicht mal bei einer Quest mit dem Hammer auf den Seelenschlein zu rauen. Aber die Quest ist abgeschlossen. Gut. Die Schmiede ist herkommen. Hahaha. Jesus. Ja, das ist echt... Also ich muss sagen, das ist sehr lustig. Hm. Spricht nicht unbedingt für den guten Mann hier. Na, da haben wir doch auch direkt den Wegpunkt schon gefunden. Ja, dann trifft sich das doch ganz gut. Wegpunkt Flammenfluss. Okay. Dann verkaufen wir noch die Sachen. Hahaha. Hahaha. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Also das ist echt... Das ist echt... Das ist sehr lustig. Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn er zweimal drauf... Er hätte draufhauen müssen, aber... Er hat das erste... Meinen Glückwunsch. Gewiss hat sogar Diablo selbst die entfesselte Wut gespürt... Also den Diablo ist böse und wir sind lustig. Genau. Hm. Tja. Sehr, sehr amüsant. Sehr, sehr amüsant. Definitiv. Ich meine, der hat ja voll daneben gehauen, der Kollege. Hm. Er ist ein Barbar und kriegt den Seelenstein nicht mit einem Hieb kaputt, was aber irgendwie dann... Naja. Gut. Das übliche Problem... Die Truhe ist voll. Knalle voll. Denn wir haben einen makellosen Schädel erhalten. Das ist ja noch schlimmer. Ähm. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wir verkaufen jetzt einfach mal die lädierten Dinger hier. Ähm. Das ist ein makelloser Methyst. Ah, das ist noch ein Ding. Ist das noch ein schöner? Also ich warte noch auf einen lädierten Schädel. Auf den will ich noch warten. So. Und dann kann das hier rein. Dann finden die vielleicht doch nochmal Platz hier drin. Ja, dann wird das womöglich doch eine etwas längere Aufnahme als ursprünglich gedacht. Ähm. Das bleibt da. Gut. Ähm. Dann verkaufen wir den Rest schnell. Dann könnten wir ja eigentlich theoretisch gesehen nochmal schnell da oben erkunden, wo wir jetzt noch nicht waren. Das und das und das und reparieren bitte. Du hörst auf zu beten, mein Lieber. Ähm. Dann mache ich da zwei 15 Minuten Folgen draus und dann hat sich die Sache auch. Gut. Gut. Bleibt nur die Frage, was haben wir hier jetzt noch? Nichts. Ähm. Okay. Da vorne ist der Wegpunkt. Der ist aktiviert. Das möchte ich nur noch schnell. Ähm. Nein. Den aktivieren wir nicht. Da passieren nämlich viele böse Dinge. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. Denn als ich früher gespielt habe, war das, sagen wir mal, ein schnelles Ende meines Charakters. Ja, ja. Das waren meine Anfänge bei Diablo 2. Unerfahren. Jung. Und ich brauchte das Geld und war tot. So, Hallöchen. Hier ist ein Mannerschrein. Da sind wieder diese schöne, da ist das Pentagramm. Und wir sind extra wegen, Entschuldigung, äh. Fünf Monstern und einer Sackgasse, den kompletten Weg nochmal gerannt. Also jetzt hört der Spaß aber echt so langsam auf. Ich meine, es ist ja schön gut, dass ich den richtigen Weg meistens auf Anhieb finde. Aber das ist ja echt hässlich. Also das ist echt hässlich. Ups, nein, da wollten wir nicht lang. Das ist Mist. Okay, was soll ich sagen? Dann, ähm, wir müssen ja schließlich noch die letzten paar Minuten füllen. Und wieso sollten wir das nicht mit einem schnellen Tod tun? Dann schreien wir nochmal. Und. Das Teufelsadvokat kommt näher. Ach, da fällt mir ein, wenn ich das so lese. Das hatten wir doch schon mal. Ähm, bleibt nur die Frage, wo das Teufelsadvokat rumschwirrt. Hier wohl nicht. Hm. Vielleicht kommt er zum Schrein gerannt. Warten wir da auf ihn. Hallo, Advokat des Teufels. Guck, guck. Nein. Nicht den Kettenpanzer mitnehmen. Guck, guck. Hallöchen. Ähm. Ja. Dann wohl. Nicht. Tja, tut mir leid, Leute. Ich wollte euch das jetzt nochmal demonstrieren, um die letzten paar Minuten zu füllen. Jetzt haben wir so mit Laufen gefüllt und ein bisschen Reden und Warten. Ähm. Mit dem reden wir noch nicht. Dann gehen wir nochmal kurz zurück, denn ich weiß, dass Tyrael uns noch irgendwas zu sagen hatte. Dann hören wir uns kurz diesen guten Kerl hier nochmal an. Na dann, Tyrael, rede mit uns. Tschüss. Die Zeit ist gekommen, Diablo selbst zu jagen und zu vernichten. Aber Vorsicht, unterschätze den Herrn des Schreckens nicht. Er hat ganz allein die Stadt Tristran zerstört und den letzten edlen Helden verdorben, der ihn aufhalten wollte. Diesmal musst du ihn endgültig besiegen. Nur wenn du seinen Seelenstein vernichtest, wird sein Geist für immer gebannt sein. Viel Glück. Dies mag unsere dunkelste Stunde sein. Ja. Also sind wir jetzt hier in der Astrologie gelandet. Freut mich ja ebenso. Ähm. Questlogbuch. Suchen Sie Diablo in seinem Heiligtum. Ähm. Ja. Das ist dann auch schon irgendwie, ehrlich gesagt, Ende von Akt 4. Also das geht ziemlich schnell. Ziemlich rasant momentan. Ähm. Haben wir hier noch irgendwas? Dann verkaufen wir das da mal. Giftwiderstand. Also das bisschen 7%. Na, das können wir auch wegwerfen. Ganz ehrlich. Ah, genau. Hat der gute Mann noch eine schöne Waffe für uns? Äh. Septische Riesenachs des Blitzes. Ui. Schön. Brauchen wir nicht. Irgendeine Axt für uns. 10 bis 24. Wir haben 10 bis 44. Hm. Achso, das ist auch Einhandschaden. Nein, Zweihand mit normaler Angriffsgeschwindigkeit wäre echt was Feines. Ähm. Aber wohl nicht. Hat der irgendwas an Rüstung für uns? Wir haben 175 Rüstung. 155. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ähm. Gürtel brauchen wir eigentlich gar nicht zu gucken. Das hier war Verteidigung 19. Wir haben Verteidigung 15 und 3 zu Geschicklichkeit. Hm. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei 15. Denn sonst besteht wahrscheinlich die Gefahr, dass wir Diablo nicht treffen. Denn wir haben ja schon bei den Grubenfürsten schwere Probleme gehabt zu treffen mit unserem... Mit unserem... Mit unserem Äxtchen. Ähm. Ja gut. Ähm, 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 oh. Ja. Hui, das gucken wir uns mal kurz an. Was gibt das denn Feines? Ja, mach direkt halt mal weniger Schaden. Hat einen niedrigeren Angriffswert Ähm Ja Das hat man nun davon Hat die noch was an Rüstung für uns? Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein Also ich muss sagen, wir sind echt ziemlich gut ausgestattet für den Akt hier Würde mich wundern, wenn wir es nicht schaffen Diablo so zu killen Also es wäre peinlich, wenn wir drauf gehen würden Aber ich glaube, bei meinem Geschick Liegt das nicht allzu fern Nun gut, dann eben Nichts für uns Ähm, dann nochmal Schnell das Geld wegbringen Joa 649.303 Gold Kann man lassen Und dann möchte ich mich auch schon Für diese kleine Aufnahmesession Hier verabschieden Und hoffe Ja Ja, dass es euch ein bisschen gefallen hat Hier noch zuzusehen Und wie gesagt Kommentieren Könnt ihr gerne Wie ihr wollt Wie es euch gefallen hat Nur dann kann ich was ändern Falls euch irgendwas nicht passt Ähm Ja, ansonsten besucht meine Homepage Meine Webseite Swogglefirst.cwsurf.de Da einfach momentan kein Geld für eine eigene Domain da ist Hehehe Und Ja, ansonsten Viel Spaß Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme Bis denn Tschüssi 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 мер